Aufwachen, ihr Beinen. Oh mein Gott, du vergisst immer, dass du so viel Schaden machst, kannst du mal aufhören, mich zu schlagen. Oh Gott, ich bin gleich tot. Du Sack. Nein, 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 ich muss nicht. Nein, das geht gar nicht. Klatsch. Klatsch. Wir ziehen um. Juhu. Wieso das? Was? Was? Wieso das? Wieso das? Aber, aber... Der Portalkode ist... Okay. Schreibst du irgendwie auch Notierung? Ja, 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 ist ja in Ordnung. Schreibst du auf die Karotte? So, ist abgeschrieben. Reicht euch schon mal ein, ich nehme noch Sachen mit und komme danach. Okay. Okay. Alles klar. Dann gehen wir aber schon mal los. Ja, warte mal. Ich habe meine Sachen... Ach so! Du hast recht, ich habe auch noch was drin liegen. Äh. Ja. Ich weiß. Ja. So. Äh. Zack. Äh. Ich schaffte schon mal ein Portal und so weiter. Ja, 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 ich bin da. So. So. Ach so, äh, soll ich... Ich wollte gerade sagen, soll ich dir den durchgeben oder hast du? Nee, nee, ich hab schon. Okay, okay. Hat mir selbst auch Notiert. Ach so. Uh. Geht ja wirklich. Ich dachte schon, der hat einfach nur eine Scheiße für Label. Lol. So wie eben auch. Ist denn... Mein... Ist vor... ...und... ...und... Nachschuss? Oh nein, das fängt ja super an. Die nächste Wohnung von ihm wird wahrscheinlich genauso versaut sein, wie die hier. Hier. Warte! Ich muss etwas tun. Los, los, los! Und... Uh. Ich fange. Wah! Okay. Geil. Ui. Du bist nur eben drin. Oh. Lol. Nein. Oh, warte mal. Warte, was? Hi. Sieht doch gut aus. Du baust. Toll. Seit wann gehst du in ein, äh, äh, hier, hier, Trainingsstudio? Los mit dir. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicht der! Oh nein. Was? Was ist das für einer? Haha, nicht der schon wieder! Warte, 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 warte. Was zum... Warte, ich brauche Erklärungen. Ich versteh's nicht! Ey! Manno! Es klappt immer wieder. Ah, hier sind meine vier Heimfilme sammeln! WTF? Was sammelt der alles? Essen, Szene... Okay, ähm... Also, dieser Priester, den du da gesehen hast, dieser schwule Priester. Ja, 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 ich brauche eine Erklärung bitte. Das ist einer aus meinem Raum, Exporion. Ähm, der hat mich gefragt, wenn man ihn anspricht, willst du mit mir in den Weihstuhl gehen? Kann das alles nicht mehr? Ich auch nicht! Ähm... Nein. Dieses Gebäude hat keine Tür. Okay. Ach komm, wirst du was, Alter. Lass durchs Fenster. Einfach durchs Fenster. Entschuldige! Erstmal ein bisschen looten hier. Okay. Äh... Äh... Geh weiter! Geh weiter! Äh... Wer ist das? Turtle? Der, du! Du, Alice! Du, Alice! So krass! Wer? Warte, ich brauche eine Erklärung! Wer ist das? Wer ist das? Sie hat ihr Gedächtnis verloren. Nein. Ich hab dich trotzdem gehört. Warte, was? Wer ist er? Das ist die Schildkröte, die ich doch schon mal erzählt hatte. Ah! Der, der sich einfach so nennt, wie er... Ja, okay. Ich verstehe. Ah, hier. Warte mal. Ja, warte mal. Hier, äh... Ich hab mir meine... Meine Sonne, ich geh nur auf dem Bier! Warte, ist er genauso verrückt wie du? Also, warte mal. Was macht ihr in meinem Haus? Das ist dein Haus? Ja! Ey, gar nichts. Ähm, nutze Information. Er wollte... Hast du meine Tür abgebrochen? Er wollte dieses Haus looten. Was für eine Tür? Da war ein Steinklotz. Ich hab den Fenster kaputt gemacht. Er... Er wollte dein Haus looten. Gar nicht! Die lügt! Erstmal, was ist mit der Tür passiert? Warum ist das zugemauert? Was meine ich? Andere Frage. Musst du dir unbedingt mein Fenster kaputt machen? Das ist sauer. Das ist krass. Ich kenn dich nicht mal. Als ob ich mich trauen würde, bei irgendeinem Fremden die Fensterscheiben kaputt zu machen. Oh, du traust dich. Du traust dich. Ich kenne dich. Habe ich dir schon x-mal erzählt. Äh... Also, das war nur kurze Info. Sie hat ihr Gedächtnis verloren durch irgendein Wasser, durch den Professor, der mich auch gerettet hat. Wie bist du eigentlich du hergekommen? Frag ich mich eigentlich, ne? Bist du auch in der Wüste gelandet? Wie ich und Sandy? Eigentlich bin ich jetzt auch hier ganz in der Nähe gelandet. Oh. Oh! Ich bin einfach im Wasser aufgeklatscht, könnte man sagen. Nice. Also, das Typische, so wie es. Ja. Ja, ich habe eigentlich jetzt eigentlich die ganze Zeit damit verbracht, mir hier einen Songtext auszudenken, aber naja. Nice. Wie weit bist du gekommen? Weil wir so schön... Ich kann das alles nicht mehr. Aber hat sich auch hier schön eingerichtet, oder? Schöner Tippisch. Ja, das hat Monate gedauert. Ich bin... Eine neue Energiequelle. Eine neue Energiequelle? Bei euch erkl... Ähm... Erklärung bitte. Ähm... Ja, das darfst du ihm erklären. Nein. Nein. Eine Blume! Ja. Ja. Äh... Noch eine Blume! Irgendwann mal. Oh nein. Denk schon mal an... Eins! 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 Was heißt hier komisch? Oder bist du gemeint? Wer? Warte, was? Komisch was? Komisch... Keine Ahnung. No. Er ist auch so klug und so komisch wie du! Damit ist sie gemeint, oder? Ja! Nein! Wait was? Wer war jetzt gemeint? Du! Wie konntest du ihn eigentlich hören? Ach! Nee! Okay. Kann ich gut nachvollziehen. Wenn der hier hinkommt, alter, es gibt nicht mehr. Aber warte, 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 warte. Wricht noch so einer? Was macht ihr hier? Ich hoffe ihr versteht langsam, dass ich die einzig normale hier bin. Nein. Au! Mein Gott! Willst du nicht noch was schlagen? Nein, 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 nein. Ich bin gleich tot. Ich bin, ich hab Superpower. Okay, so gewalttätig wie und je. Also was macht ihr hier? Hm. Ähm. Ähm. Ja, wir ziehen her. Warum tanzt du jetzt? Das ergibt keinen Sinn. Ah, okay. War der schon hier in der Kirche? Ja. Da gehen wir nie wieder rein. Da gehen wir auch wirklich nie wieder rein. Ja, würd ich euch auch empfehlen. Komm, gib zu. Wie oft musstest du beichten? Okay. W-what the fuck? Nein, das ist neu, was da drin ist. W-what the fuck? W-what the fuck? Aber wartet mal, ich muss mal kurz zum Labor zurück. Ich hab was vergessen. Ja. So. So. So, Senni. Ja, ja. Dein letztes Schwindlein hat geschlagen. Warte, was? Ah, mein Gott. Guck mal hier. Guck mal hier. Was ist passiert? Ey, keine Gewalt, die nicht von mir autorisiert ist, in meinem Haus. Bin ich dafür. Dankeschön. Scheiße, hätte ich den Raum steigen, könnte ich die wahrscheinlich rausbringen. Hey. Sag mal. Dann wärst du mich nicht in deinem Haus. Bin ich nicht dafür. Dankeschön. Also, das mit dem Handschuh davor. Na? H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Boah. W-was macht der? Wooohohohoho. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nichts! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Boo. Okay, er macht dich unsichtbar. Ja? Und ich kann, ähm, mich boosten. Dich boosten. Okay. Und noch einiges mehr, was ich hier bloß nicht im Dorf machen kann, weil sonst ich alles zerstören würde. Ah, ist da okay. Komm, Alter, dieser Tauatom, der muss jetzt noch gelootet werden. Der muss jetzt auch noch gelootet werden. Wenn ich ihn schon sehe, vielleicht ist er noch gar nicht von dem Turtles gelootet worden. Warte mal, hast du die Ausrüstung gerade von Freddy geklaut? Wer ist Freddy? Ich kenn Freddy nicht, ich darf das. Nein, darfst du eben nicht. Doch! Och nee, Alter, was ist das denn? Was, was denn? Ist wieder zum Fahrrad gekommen? Ich glaube nicht, wollte er nicht zum Zauberturm. Was machst du da, äh, Zellmanus? Gar nichts. Was, musst du? Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Boah, ich hoffe, wenn der Professor hier ist, ist ein bisschen mehr Ordnung da. Ein bisschen, wenigstens ein bisschen. Guck mal, ich kann das ja. Was kannst du? Das passiert nicht. Oh, das tut mir aber leid. Was? Hier ist er. Das war falsch. Das war falsch. Jetzt nimm nicht das Haus von Freddy. Das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Sollst du dein eigenes Haus bauen. Geh weg. Was? Was? Braucht ihr dein eigenes Haus. Klaut ihr euch schon nicht jedes Mal von anderen. Sag mal, hakt's. Ach, sagst du? Ja. Was ich mache, heißt looten. Das ist ausborgen. Wenn es kaputt geht, ist nicht meine Schuld. Was? Ja! Das ist so. Ich bin der ersten Folge von Minecraft Ascania, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mal einen fetten Daumen hoch da, seite übernettet meines Kanals, schaut in die Videobeschreibung, da sind Turtle und Sandy verlinkt, haut rein und schau Leute.